Schön, dass ihr wieder reinschaut bei den Hardware-Checkern. Wir schauen uns heute eine Grafikkarte an aus dem Hause PowerColor, das ist die R7 370 PCS Plus. Das ist eine Grafikkarte für die Full-HD-Auflösung, die kostet aktuell knapp 135 Euro bei uns. Und was ihr dafür bekommt und ob die vielleicht sogar was ist und eine Alternative zur GTX 950 von Nvidia ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Viele von euch, die zu Hause selbst spielen, sind sicher auch mit der Full-HD-Auflösung unterwegs, ich übrigens auch. Ich bin der Meinung, das reicht erstmal, bis die Grafikkarten als auch die Monitore bezahlbarer werden, die 4K richtig darstellen können. Bis dahin haben auch solche Karten wie zum Beispiel die 370 hier ihre Daseinsberechtigung. Und wie angesprochen, das Modell von PowerColor gibt es bei uns hier für 135 Euro in Deutschland. Das sind ca. 20 Euro weniger als die günstigste GTX 950, die es bei uns gibt. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch die Karte einfach mal genauer an. Die Radeon R7 370 setzt noch auf die GCN 1.0 Architektur. Die wurde damals erstmalig mit der Radeon HD 7000 Serie eingeführt. Viele von euch hatten vielleicht sogar schon so eine Karte zu Hause. Entweder Radeon 7850 bzw. 7870 in Bezug auf das Modell hier. Der Chip ist also mittlerweile etwas über zweieinhalb Jahre alt. Hört sich auf den ersten Moment sicher nicht so besonderlich gut an. Wie wir aber nachher anhand der Benchmarks und auch meiner Messungen sehen werden, ist das überhaupt keine schlechte Grafikkarte, obwohl der Chip so alt ist. Was besonders in Bezug auf die GTX 950 dann im Fazit nochmal Verwendung finden wird. Ansonsten Grafikkarte 2 GB GDDR5 Speicher. Der ist über 256 Bit angebunden und taktet mit 1425 MHz. Der Chip hier auf der Karte taktet mit 975 MHz. Grafikkarte unterstützt natürlich DirectX 11.1 bzw. auch 12.0. Wie das dann mit DirectX 12 aussieht, wie ich es immer so sagen pflege, schauen wir uns dann an, wenn es denn dann soweit ist. Ansonsten technisch, die Karte ist 24 cm lang, benötigt zwei Slots im PC und ich denke, somit sollte die Grafikkarte in fast alle PCs reinpassen. 92 mm Axiallüfter sorgen hier für Frischluft, dass das Kärtchen nicht zu warm wird. Für den Betrieb braucht ihr außerdem einen 6-Pin-PC-Express-Stromstecker und wenn euch eine Karte nicht reicht, könnt ihr euch noch eine zweite holen. Denn hier gibt es auch einen Crossfire-Anschluss. Was ich sehr cool an der Karte finde, neben ihrer kompakten Abmessung, ist, wenn wir das Teil mal rumdrehen. Wenn ihr wisst, bei dieser Preisklasse von 135 Euro gibt es hier eine schicke Backplate hinten drauf, wo draufsteht, was das denn für ein Kärtchen ist. Das gibt es selten in dieser Preisklasse und daher ganz klarer Daumen nach oben. Für die Power Color Radeon hier sieht besonders natürlich dann in Gehäusen sehr schick aus, die ein Sichtfenster haben. Ansonsten, die Grafikkarte verfügt über einen Zero-Fan-Modus. Der heißt jetzt hier zwar ein bisschen anders, macht aber nichts, denn erst bei 60 Grad GPU-Temperatur fangen die Lüfter an mit Laufen. Und ihr könnt euren Monitor anschließen per 2x DVI-HDMI oder einem Displayport-Anschluss. Ja, kommen wir zur Leistungseinschätzung der Karte. Da fangen wir einfach mal kurz mit Stromverbrauch, Temperatur und der Lautstärke an. Unterm Windows-Betrieb verbraucht diese Grafikkarte sage und schreibe 2 Watt mehr als eine GTX 950. Nun, das lässt sich noch verschmerzen, nehme ich an. Unter Last sind es dann ganze 11 Watt mehr. Ich könnte mich jetzt über diese Werte auslassen, aber ich denke, das kann man einfach lassen, weil Stromverbrauch ist im Grunde einfach fast identisch, wie ihr sehr schön erkennen könnt. Temperaturtechnisch unterm Windows-Betrieb. Die Karte hier hat meistens so 31, 32 Grad. Und unter Last, wenn dann die Lüfter angelaufen sind, ist es meist nicht mehr als 65 Grad. Dabei die Lüfter hier, wie ihr sehr schön erkennen könnt, 90 Millimeter Axiallüfter. Laut unseren Messungen hier werden die bis zu 29,7 Dezibel laut, also knappe 30. Ist jetzt nicht flüsterleise, ist jetzt aber auch nicht so, dass ihr jetzt hier irgendwas Unangenehmes davon mitkriegen würdet. Fangen wir bei den Benchmarks mit Battlefield 4 an. Full HD-Auflösung hier, maximale Details mit vierfacher Kantengländerung und 16-facher Texturfilterung. Grafikkarte R7 370 positioniert sich am Ende des Testfeldes. Allerdings, wie ich angesprochen habe im Video, wenn ihr die Details auf hoch alle stellt und die Bildverbesserung auch macht, dann landen wir hier in sehr gut spielbaren Bereichen. Ansonsten sieht das Ganze dann so aus. Crysis 3, ebenfalls ein noch sehr forderndes Spiel heutzutage, ebenfalls Full HD-Auflösung, vierfache Kantengländerung und 16-fache Texturfilterung. Auch hier am unteren Ende unserer Benchmarks, auch unter einer GTX 950, wobei in Crysis 3 der Abstand zwischen 3,70 und 9,50 etwas geringer ausfällt, da das Spiel allgemein mit AMD-Grafikkarten sehr gut performt. Auch hier gilt wieder, wenn ihr die maximalen Details auf hoch unterschraubt und die Bildverbesserung ausschaltet, könnt ihr auch das relativ gut spielen in der Full HD-Auflösung. The Witcher 3 ist eines der Spiele, bei dem Nvidia-Grafikkarten etwas besser Performance liefern als an der Radeon-Grafikkarten. Das sieht man hier auch sehr schön. Allerdings heißt das nicht, dass ihr mit einer Radeon das Spiel nicht flüssig spielen könnt. Wir haben jetzt hier das Ganze in Ultra-Details getestet, in 1080p. Wenn ihr die Details auf hoch reduziert und die Bildverbesserungen ausstellt, dann könnt ihr auch mit einer 370 bei dem Spiel sehr viel Spaß haben, denn das läuft dann auch gleich viel flüssiger und auch auf hoch sieht das Spiel dann hervorragend aus. Ja, abschließend kann ich zur Radeon 370 sagen, dass ich von der Karte mehr als angetan bin. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn man mal das Alter des Chips mit einbezieht, muss man sagen, ein Grafikchip, der schon über zwei Jahre alt ist, gehört ja quasi schon zu den Rentnern im Grafikkarten oder auch im PC-Hardware-Business, was Bauteile angeht. Trotz dessen Stromverbrauch als auch die Spieleleistung sind mehr als erhaben für einen Preis von 135 Euro. Da würde ich sagen, kann man echt nicht nörgeln. Besonders geeignet ist die Karte für Leute, die keinen Wert auf Bildverbesserungen legen, in Full-HD spielen und nicht immer die maximalen Details brauchen, sondern sich vielleicht auch mit mittel- oder hohen Details begnügen. Da könnt ihr mit dieser Karte hier richtig viel Spaß haben. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich die Frage stellen, was soll es denn nun sein, eine 370 oder eine GTX 950? Nun, zuallererst mal die GTX 950, die ich getestet habe, jetzt als Beispiel von MSI oder jetzt hier in dem Fall die Radeon 370 von PowerColor. Da liegen knappe 40 bis 50 Euro dazwischen und das ist schon mal ein ordentliches Maß, würde ich sagen. Problematisch an den GTX 950-Karten war ja schon immer, dass die eigentlich für eine Einstiegs-Grafikkarte zwar eine sehr gute Performance bieten, allerdings im Verhältnis für das, was ich unter einer Einstiegs-Grafikkarte preislich verstehe, also bis 150 Euro. Viele 950 da drüber sind, beziehungsweise nahe an dieser Grenze sind. Daher haben wir zuerst schon mal den preislichen Faktor. Aber ein zweiter Faktor, den man mit einbeziehen muss, meiner Meinung nach, ist zum einen, dass wir uns einfach mal die beiden Chips ein bisschen anschauen. Die GTX 950 ist ein aktueller Maxwell-Chip, der ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. AMD verbaut auf einer 370-Jährigen Chip, der über zweieinhalb Jahre alt ist. Das ist ja im PC-Genre schon quasi hier Urzeit-Status bei dem Teil hier. Und dafür muss man ganz trocken mal sagen, ein Chip, der zweieinhalb Jahre alt ist, liefert noch so eine Performance auch in neueren Spielen in Full-HD. Und auch beim Stromverbrauch gibt es nicht so wahnsinnig große Unterschiede im Gegenzug zu einer GTX 950. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab AMD, was sie damals hier für eine Architektur entwickelt haben, denn das ist wirklich einfach mal klasse, würde ich sagen. Dass die Grafikkart natürlich eine umgelabelte R7 265 ist, ist eine andere Sache. Allerdings muss man sagen, dass man mit der Grafikkarte heute auch noch gut spielen kann. Im Gegensatz zu Nvidia-Grafikkarten aus der GTX 600-Serie, die kann man heute in vielen Dingen einfach zu nichts mehr gebrauchen. Das sind Aspekte, die muss man meiner Meinung nach mal mit einbeziehen, wenn wir hier schon solche Grafikkarten vergleichen. Von meiner Seite aus, ich würde euch empfehlen, kauft euch eine Radeon R7 370, wenn ihr keine Nvidia-Features braucht, für knappe 135 oder auch 140 Euro. Je nachdem, welches Modell euch da anmacht, könnt ihr da absolut nichts falsch machen. Wie sieht es denn mit euch aus? Wollt ihr lieber eine 370 oder eine GTX 950? Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Vielen Dank.